Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 29. Januar 2021. Ihr hört etwas verspätet, die Geek Talk Daily 947. Heute mit den folgenden Themen, Disney+, Star, Facebook, Apple und Clip. Ich beginne gleich mit dem Streaming-Dienst Disney+. Da wurde ja schon vor längerem bekannt, wir hatten sie ja auch in der Daily, dass der Star-Dienst, der zusätzlich obendrauf kommt, per 23. Februar diesen Jahres freigeschalten wird. Und zwar in Deutschland, Österreich und der Schweiz und noch einigen anderen Ländern. Da dürfen wir uns also darauf freuen. Jetzt ist mittlerweile bekannt, was da alles mit drin ist. Ich habe ja damals schon gesagt, das sind Serien und Filme von Hulu, FX und so weiter mit drin. Und da haben wir eine richtig grosse Liste, die von 24 über Akte X bis hin zu Grey's Anatomy, Rosewood etc. geht. Es gibt diverse Specials und dann auch bei den Filmen 69 Hours. Wir haben Al Pacino's Looking for Richard und so weiter und so fort. Also wer da mag, darf gerne in den Shownotes auf den Link klicken. Vor allem die Filmliste ist richtig lang. Und dazu kommt auch, dass dann ein, zwei Wochen später nochmals ein deutlich grösseres, also nochmals ein Angebot mit obendrauf gelegt wird. Also da kann man sich auf einiges an Content freuen. Ich bin schon mal sehr gespannt, was ich dann da schauen werde als erstes. Ich muss mir da mal eine Liste zurechtlegen. Dann geht es um Facebook und die sollen anscheinend, also die Mark Zuckerberg will anscheinend eine Kartellklage gegen Apple einreichen, da sie mit ihren neuen Datenschutzbestimmungen, mi mi mi, ihr wisst was ich meine, schon lustig wie sich Facebook wehrt. Logischerweise müssen sie natürlich auch, sie müssen natürlich für die Aktionäre etc. gerade stehen und weiterhin Plus machen und das wird schwieriger im Werbegeschäft, da sie ja einzig und allein Daten verkaufen von den Nutzern. Und da macht halt Apple einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Gleichzeitig hat auch Tim Cook die Geschäftsmodelle unter anderem eben von Facebook kritisiert. Die Grossen der Tech-Branche wurden nämlich im Rahmen der EU-Datenschutzkonferenz CPDP aufgerufen und mussten vortreten und ein bisschen was erzählen zu dem Thema Datenschutz. Und da hat sich Tim Cook für die DSGVO stark gemacht. Er hat gesagt, dass das Ganze eine tolle Geschichte sei und dass er hofft, dass die USA und ähnliche und andere Länder ähnliche Gesetze verabschieden werden, weil sie nehmen den Datenschutz hoch und verurteilt es eben, dass es Firmen gibt, die Daten verkaufen. Und hat da Facebook halt namentlich gemeint. Genau, unter anderem. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten von YouTube. Google hat der Videoplattform ein neues Feature spendiert, was auf den Namen Clip hört. Und langsam wird verwirrend, neben den ganzen YouTube-Geschichten und den Story-Elementen, die man nur ab 10.000 Follower Plus machen kann, gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit, eben Clips zu nutzen. Was ist das Ganze? Man kann es, für diejenigen, die es kennen, etwa mit der Twitch-Funktion vergleichen, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, aber wo man auch so kleine Clippings nehmen kann. Es geht hier dabei darum, bei YouTube zumindest, dass man Clips aus einem Video rausschneiden kann, die zwischen 5 und 60 Sekunden lang sind, und die kann man dann mit seiner Follower-Schaft teilen. Mit dem Hintergrund logischerweise, dass darauf Kommentare und Klicks, Dislikes etc. oder Likes besser gesagt, resultieren. Aber natürlich noch viel wichtiger, dass das Ganze dann auch als Promotion für das eigentliche Video dient, denn da draufgeklickt und man landet gleich beim richtigen Video. Für all diejenigen, die es ausprobieren möchten, es geht aktuell nur für eine kleine Gruppe an Creator und ganz wichtig auch nur unter der Android-App, denn wir wissen ja, Google hat seine Apps schon länger nicht mehr geupdatet, weil Apple die Datenschutzbestimmungen angeschraubt hat und Google das ziemlich umgehen möchte. Deshalb dürfen wir hier abwarten, bis dann irgendwann wieder mal ein iOS-Update von Google kommt für die YouTube-App. Ja, mal schauen, wenn es dann soweit ist. Was haltet ihr von dieser neuen Clip-Funktion? Ich würde sowas gerne nutzen, so als kleine Teaser für die eigenen Videos. Aber ja, ich denke, das wird auch irgendwie für die oberen 10.000 dann schlussendlich nur zur Verfügung gestellt, wenn es überhaupt dann kommt. Das war's mit den heutigen Themen, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Noch mehr hoffe ich, dass ihr einen schönen Freitag, einen erfolgreichen Freitag habt und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Dann, wenn alles klappt, wieder mit dem Achim. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!